Hallo liebe Fahrrad- und Naturfreunde, wie ihr gesehen habt, meine Fahrradtaschen sind schon gepackt. Heute ist Samstag, der erste Juni, circa 7 Uhr. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof Bettburg-Hau. Von dort geht's mit dem Zug nach Willingen, von Willingen nach Winterberg und dann für vier Tage den Ruhrtalweg, den Ruhrtalradweg entlang. Für die nächsten zwei Tage ist ganz gutes Wetter prognostiziert. Am Dienstag, Mittwoch soll es teilweise ein bisschen regnen, aber vielleicht habe ich ja auch Glück und es ändert sich bis dahin noch was. Im Moment sind es 12 Grad, die Sonne scheint, ideales Wetter zum Radeln. Ja, liebe Leute, der Spaß mit der Bahn beginnt schon bevor ich eingestiegen bin. Ich habe einfach mal am Automaten rumgespielt und habe zufällig gesehen, dass der Zug ab Westweg nach Brilonwald schon mal ausfällt. Schöne Bescherung. So, jetzt bin ich in der ICE Richtung Dortmund. Ich habe 15 Minuten Verspätung. Ich habe jetzt vermutlich bekomme ich jetzt in Dortmund den Anschluss nicht mehr und bin dann wahrscheinlich eine Stunde später in Willingen. Okay, kann man nichts machen. Bis dann halt so. So, endlich in Willingen angekommen mit rund einer Stunde Verspätung. Hier starte ich mit meiner Tour. Ich werde jetzt von Willingen aus nach Winterberg fahren zu den Quellen der Ruhr. Und dann werde ich in Winterberg so langsam aber sicher mal was zu essen bestellen. Und dann werde ich zu meinem Quartier fahren und es heute Abend ein bisschen röstig angehen lassen. So, die ersten Kilometer in Willingen sind gefahren. Es ist eine super tolle Gegend hier. Ich schwenke mal einmal rum. Macht richtig Laune hier bei diesem Wetter zu fahren. So, ich bin aus der Richtung, die hinter mir liegt, gekommen. Quasi von Willingen. Und ich muss jetzt leider. Ich schwenke mal rüber. Zur Hochheide in diese Richtung. So, die ersten Höhenmeter werden absolviert. Ich bin zur Zeit auf einer Höhe von 800 Meter. Ich habe auch ein paar Schweißtropfen auf der Stirn. Aber wenn man hier die Gegend ansieht, dann ist es einfach herrlich. Das ist super hier einfach. So, es sind noch ein paar Höhenmeter dazugekommen. Aber wenn man am Ende solch einen Ausblick hat, der entschädigt dann für alles. So, die Hälfte meiner Höhenmeter dieser Tour habe ich schon überwunden. Von nun an geht es meistens bergab. Genießt noch mal den schönen Ausblick hier hinter mir. Ich bin aus der Nähe von dem Böden. So, die Ruhrquellen habe ich gefunden. So, hier ist also die Ruhrquelle. Man soll nicht glauben, dass aus diesem kleinen Rinnsaal mal ein richtig breiter Fluss wird. So, hier ist auch die Ruhr. So, hier ist auch die Ruhr. So, hier ist auch die Ruhr. So, hier 100 Meter unterhalb der Ruhrquellen beginnt der Ruhrtal-Wakatweg. Hier zu Beginn des Ruhrtal-Radweges gibt es Informationsstände zum Thema Wald als Wirtschaftsraum. So, hier an der Ruhrquellenhütte werde ich mir mal was Leckeres essen und dann habe ich es nicht mehr weit bis zu meiner Pension. Da werde ich dann in Ruhe noch ein Bierchen trinken und den Abend ausklingen lassen. Mein Quartier ist heute Abend in Niedersfeld, bis dahin sind auch 4,9 Kilometer, da lasse ich den Abend dann ausklingen und dann reicht es für heute. Mein Tachometerstand ist im Moment 35 Kilometer, war nicht viel für heute, aber ich habe ja auch schließlich erst heute Nachmittag angefangen. Ha, jetzt weiß ich auch, wo die Weihnachtsbäume herkommen. Endlich mal Asphaltwege, ich habe bisher heute fast nur Schotter gesehen. Fühlt sich richtig gut an hier. Ja, übrigens, wo ist eigentlich die Ruhr? Seit der Ruhrquelle habe ich die Ruhr nicht mehr gesehen. Ich habe die Ruhr wieder entdeckt hier in Niedersfeld. Schon ganz schön mächtig gegenüber dem Rinnsaal an der Quelle. Ich bin inzwischen angekommen in meiner Pension Waldhaus Sauerland in Niedersfeld. Kurzes Fazit zum heutigen Tag. Gefahren bin ich circa 40 Kilometer von Willingen nach Niedersfeld, von Niedersfeld zu den Ruhrquellen, von den Ruhrquellen nach Winterberg und vom Winterberg wieder zurück nach Niedersfeld. Wie gesagt, so ungefähr 20 Kilometer für einen halben Tag reicht das. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, bis jetzt! Ja, bis jetzt! Vielen Dank.